Oh mein fucking Gott, ich bin so dumm. Nein, ich habe zwei schwarze LAN-Kabel und das eine, was halt connected ist mit dem Router, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist auch connected mit meinem PC, war connected mit meiner Switch. Ich habe also jetzt für die letzten zwei Monate Internetleitungen bezahlt, für zwei Internetleitungen, ich use aber nur eine. Oh mein Gott, Dicker, jetzt lehnts schneller runter. Oh mein Gott, no way.